Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Build Fallout 4. Wir schauen mal, was wir hier noch bauen können. Die Hundehütte. Ist eigentlich jemand hierfür zugewiesen? Nein. Hier, der mit den dreckigen Fingern, ne, oder? Du bist auch nicht zugewiesen. Komm mal mit. Du kannst doch plündern. Und dann... ...bauen wir noch ein Häuschen. Ich würde gerne eines hier hinbauen. Wenn es irgendwie geht. Aber es will mich nicht lassen. Warum auch immer. Hm. Ja, wieso nicht? Gehst du plündern? Wäre schön. Danke dir. Ja, er ist zugewiesen. Du gehst essen. Was mache ich mit Großpapi? Großpapi, für dich habe ich nachher einen Job. Ja. Aber lass mich mal eben jetzt hier ein Häuschen bauen. Irgendwo muss noch was hin. Können wir hier noch was hinbauen? Hier so. Na. Gerade wolltest du. Stell mir hier noch eins hin. Ja. Braucht Strom. Ach, ich hänge wieder fest. Hier Strom. So. Bauen wir noch eine Treppe. An. Ich denke. Hier brauchen wir diese Treppe. Okay. Na, ich hoffe, die kommt sich nicht hier in die Quere. Okay. Oh je, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Erst hat Bild zu selten wurde. Dass die sich da in die Quere kommen. Da wird es anlutschen. Weil das nämlich auch so hoch ist. Okay, hier könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Dann braucht auch keine Treppe. Oder doch so eine kleine Stufe. Ne, wenn dann hier so. So. Okay. Passt das jetzt? Gut. Okay. Trotzdem fehlt es uns noch an Schutz. Er ist Plünderer. Und nichts. 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 Ja. Uns fehlt es an Schutz. Das heißt... Ich lege hier... ...eine Matte hin. Und sie steht da schon in der Blüderung. Du. Ja, ist das okay für dich? Ja, das dauert wahrscheinlich ein Weilchen, bis sie kapiert, dass sie... nicht. Du bist auch noch nicht zugewiesen. Hm. Ist das schon da zu gewesen? Das ist schon zu gewesen. Du! Wo können wir dich denn zu weisen? Ah. Wir können ja noch eine Plünderstation machen, oder? Ist das hier? Wir bauen noch eine Plünderstation. Und wo ist der Typ? Du kannst noch hier. Verstehe. So. Aber es wird, glaube ich, gar nicht so als Arbeit angenutzt sehen, oder? Ja. Kann sein. Großpapi, warte. Du kriegst auch einen Job. Du hast bestimmt auch noch kein Haus. Sollen wir mal gucken, ob jetzt die Herrschaften da sind von ihrer Pause? Eila. Alle hängen sie da rum. Keiner da. Ja? Sie hat gar keine Waffe. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Sie hat... keine Waffe. Toll. 38er Patronen hat sie. Was mache ich dann mit der? Ja, was mache ich mit ihr dann? Gebe ich ihr das? 308er Patronen braucht sie dann. Oder? Ja. Kriegst du so hoch? 20 Stück. Okay. Okay. Ach, du. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na klar. Dann nimm das bitte auch. In die Hand. So. Okay. Ja, ich habe leider meine... Wo sind die abgeblieben, sagt mal. Sind jetzt meine Sachen zugewiesen hier? Ja, sehr schön. Irgendwo hängt doch der wieder rum. Ach, hier könnten wir auch noch was hinbauen. Ach, ein bisschen freie Sicht wollen wir ja haben, oder? Sollen wir hier noch ein Industrieplot hinmachen? Ja. Ich weiß auch nicht. Nee. Machen wir nicht. Moku. Wohin kann ich sie, die Kuh denn zuweisen? Also das Bramien. Ist ja wohl blöd. Ist nicht zugewiesen. Zum Gras fressen, oder? So. Ja. Aber hier ist alles jetzt zugewiesen, oder? Die Häuser. Sehr schön mit Liegestuhl. So. Naja, es sind ein paar Müllkipphäuser dabei, aber... Okay. Mal was anderes. Ja. Toilette vor der Tür. Sehr gut. Ach, da komme ich nicht durch. Hat seine Tür offen gelassen, da. Ja, schön, schön, aber ich weiß nicht, wo meine Leute sind. Keine Ahnung. Wasser haben wir jetzt nur noch 62? 60? Oh Gott. Ich habe kein Öl dafür. Deswegen setzen wir hier so... kleine Wasser-Dinger hin. Hier ist doch Erde. Nee, will aber nicht. Dann setzen wir doch hier... hier... einmal Wasser hin. Hier. Da einmal... Ja, direkt da bei den Stufen? Nicht unbedingt. Na, da war doch was. Na. Da. Wasser an jeder Ecke. So. Dann hier auch nochmal Wasser. Oder auch nicht. Gut. Hier kann man auch noch ein Wasser hinstellen. Okay. Okay, haben wir erstmal wieder ein bisschen Wasser. Aber wo sind meine Händler? Komischerweise beide sind nicht da. Weapons. Weiß nicht, ist er der Arzt oder steht er einfach nur da drin rum? Hier ist keiner. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein paar Stühle hier oder so. Ja, Stühle. Oder hier solche. Tische. Nein. Nein. Tische. Gibt es Bartische irgendwo? Nein. Ach, immer der Zaun da. Hm. Was soll das sein? Was ist das denn? Printing Press. Ein paar Schränke. Ja, wäre auch nett hier. Hm. Könnte man machen. Aber besser wäre auf einer Terrasse. Nein, ich suche... Nein, bleib. Was soll das sein? Das ist ja Müll. Das ist halb da. Sessel. Stühle. Da habt ihr noch einen Stuhl. Das ist ja Müll. Und... Das ist ja Müll. Das ist ja Müll. Das ist ja Müll. Was soll das? Memory Launcher. Alles nicht, was ich suche. Nein. Da sind nur Betten. Couch. Nein. Wo kann ich die denn finden? Wenn ich hier sowas hinstelle, möchte ich doch auch eine Bar dabei haben. Ich habe die doch letztes Mal gesehen. Bank. Nee. Auch nicht. Das sind nur Kisten. Desk. Containers. Ich wollte sowas wie eine Bar hier hinstellen. Service. Ach, Schränke. Aber die Bar, die ich haben will, gibt es nicht. Tische. Ah, hier müsste es doch dann sein. Irgendwo hier. Gibt auch nicht das, was ich haben will. Das wäre dann hier... Containers. Nein, ist nichts, was ich will. Kaffee. Was soll das sein? Hier so ein paar Tische hinstellen, so. Nein. Gefallen mir nicht. Ja, hier, sowas habe ich gesucht, hier. Sowas habe ich gesucht. Sowas. So. Endlich. Jetzt die Barhocker. Welchen nehmen wir denn? Die braucht nur ein Stahl. Zwei Stahl. Vier Stahl. Drei Stahl. Plastik und Stahl. Rundgucken. Wie sehen die denn aus? Nee. Nein, bleib da. Dann nehmen wir doch die, die nur Holz vielleicht kosten. Oder hier die. Ich muss eh gleich wieder einkaufen gehen. So. Guck mal, dann könnt ihr euch da hinsetzen. Du zum Beispiel kannst hier alle setzen. Guck mal hier. Hast ein Barhocker. Du zum Beispiel kannst auch hier sitzen. Barhocker. Müsst alle nicht da drinnen rumstehen, die Idioten. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein Problem. Meine Geschäftsleute sind alle weg. Nein, da hängt er ja. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Was? Bruno. Hey. Möchtest du ein bisschen handeln? Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Dann zeig mir mal. Dann zeig du mir mal, was du hast. Aber ich sehe schon, du hast nicht das, was ich will. Ah, ja. Was kostet denn Holz bei dir? 720. Puh. Du hast nichts, was ich haben mögen möchte. Was ich suche. Schäm dich. Nee. Okay. Das war's. Ja, Großpapi. Was machen wir mit dir? Sind hier alle Häuser zugewiesen jetzt? Sieht so aus. Ja. Okay, Moment. Ich habe gerade gesehen, ich habe Probleme, da hochzukommen. Dann bauen wir ihm doch ein paar Stufen dahin. Wie gesagt, ich denke, ich muss Holz kaufen. Ja, 41 Holz kommen wir nicht mit weit. Ich habe die Stufen dahin gemacht. Da steht auch einer in der Ecke. Okay, wo sind wir? Ich habe mich total verirrt. Ja. So. Hier sind wir. Was machen wir? Gute Frage, nächste Frage. Wir bauen uns ein Häuschen. Wenn wir denn Stahl hätten. Fünf Stück haben wir davon. Hüttenboden. Ist das gerade? Ja, könnte man mit leben, wenn es hier auch noch gerade wäre. Und jetzt? Ja. Okay. Dann weiter. Und das war's. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen Stahl. Ja. Ja. Wo waren wir denn? Hm. Ups. Hi. Ja. Hm. Was hast du denn? Säure, Antiseptikum. Ja, das nehmen wir auch mal. Beton. Stahl. Ach, Glas. Das kannst du wieder zurückhaben. So. Dann weiter. Holz. Wie kostet den Stahl bei dir? 1.080. Ja, komm. Was kann ich dir geben? Ich gebe dir ein paar Patronen. Was hat sie davon? Schau mal. Und was noch? Das kannst du haben. Kannst du einen haben. Melix kannst du eins haben. Dann. Die kannst du haben. Hier kannst du von einer haben. Sicher kannst du zwei haben. Was haben wir noch? Das ist ein Pickel bestimmt nicht. Hm. Und wir nehmen es an. Bauen, Preston. Bauen. Wir bauen dort ein Häuschen. So. Du sollst dich kämpfen. Du sollst bauen. Gut. Was fehlt jetzt? Holz. Och, nee. Das ist ja langsam. Nicht mehr lustig. Vor zumacht. Wo ist er? Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Ja. Ich will nicht handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Vergiss es. Das heißt... Sieh noch da. Was? Hast du noch auf? Hi. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Nein. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid an Trinken sehen. Du hast dich für uns eingesetzt. Das werden wir dir nie vergessen. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ich gebe dir eine Aufgabe, okay? Vielleicht wirst du dadurch... Wo ist das denn jetzt hier? Okay. Da. Komm. hier. Okay. Geht er jetzt dahin oder geht jetzt jemand anders dahin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Die gehen jetzt alle einen trinken. Und stehen sich die Beine wieder. Doc ist schlau. Ja. Food, Crafting. Was heißt denn Fences? Ah, Mauern. Furniture. Furniture. Können wir sowas hier hinstellen? Sowas hier. Läuchtet sogar von selbst. Benötigt Strom. Aber wie mache ich jetzt Strom da dran? Ist immer so eine Frage. Die Teile sind doch für Müll, oder? Die kann man gar nicht mit Strom versorgen. Das ist doch blöd. Na ja, gibt wenigstens Stahl. Schauen wir mal in unserem Inventar in das Normale, wie hier nicht ein bisschen Licht machen können. hier sowas. Hier sowas. Oder? Ah, ich hänge fest. Ja, sieht doch nett aus. Kann man hier auch noch was dran machen? Es leuchtet aber nicht. Ja. Was haben wir denn noch bei dem anderen? Was ist das? Alles, was wir nicht brauchen. Straßenlaternen, die ich nicht anschließen kann. Exit. Hoch. Ja. Ventilenti. Okay. Exit. Oh. Geht das vielleicht hier? Das ist doch schon mal schön. Ein bisschen Licht hier. Kann ich das auch hier dran machen? Ach, ich hänge fest. Jetzt verballer ich mal ganze Stahl. Nee, daran geht das nicht. Hey, oder sowas. Das eine Maler weg hier. Das können wir lagern. hat's jetzt Strom. Okay. Okay. Komm gerne hoch. Aber lass mich hier raus. Oh, 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 oh. So, was haben wir denn noch an Lichtern? Hm. Öl. Candle. Feuerbüro. Okay. Und so Schilder oder sowas haben wir nicht, die da leuchten. Ich hatte doch mal eins. Vielleicht bei unserem eigenen. Nee. Nur die drei Sachen haben wir. Ja, gut. Sie haben es kapiert. Können wir da noch hoch? Können wir da noch ein Licht dran machen? Nein, wir machen jetzt nicht über Licht dran. Aber sie nutzen die Bar. Das freut mich schon mal. Also die, 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 die Stühle. Ja? Ja? Nix, nix. Und nichts zu feiern. Hier hängt nur einer rum. Bitte, ich, ich muss jetzt allein sein. Er trinkt sich im Mitleid. Äh, nein, wie sagt man? Oh, süß. Warte, wenn ich von Preston diesen Dingen hab, dann... Ich sag dir, geh mir. Oh, hier ist auch eine Bar. Aber wahrscheinlich, weil sie ein Level-Up hat, gehen dort alle, weil es die erste Bar war. Ja. Ich wollte eigentlich... Hier. Und warten. Warten wir... Neun Stunden. Ja. Das machen wir. Vielleicht... Handelt der Herr dann wieder mit mir? Können wir ein bisschen Holz kaufen und noch weiter bauen? Weil... Ich hab mir gedacht, ich baue da unten ein Restaurant rein. Ja. So wie so ein Diner. Und es regnet. Tax 10 Dollar, okay. Ist er schon da? Es ist schön zu wissen, dass wir uns auf die Minutemen verlassen können. Ja. Entschuldigung. Ich hab bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Klar. Ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Ja. Wie immer. Ticke Globus hat Schrauben. Öl. Nur klares... Ah, Glasfaseroptik. Sehr gut. Nein, diese... Ist mir ein bisschen zu teuer. So. Ja, wir müssen ja nicht alles nehmen. Stahl, Holzlöffel. Kamera... Kamera... Ladung, Holz... Was ist da noch? Nein. Sonst... Sicherung. Was ist da drin? Kupfer. Spielzeug, Auto, Schrauben. Sturmfeuerzeug, Öl und sowas. Schallkreise. Vergolde. Sturmfeuerzeug, Zement. Okay. Ich gebe dir wieder... 200, oder so. Ja. Und... Was kann ich dir denn noch Schönes geben? Ich gebe dir... Uhuhuhuhu. Leguan im Stiel. Das gebe ich dir... Das darfst du haben. Und ich gebe dir... Fünf Wasser. Und nehme es an. Du hast bestimmt deine Gründe. Aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ja, für dich sieht es immer nach Schrott aus. So. Schauen wir mal. Dass wir hier weiterkommen. Na. Okay. Gut. Dann brauchen wir Wände. Was soll ich hier nehmen? Nein. Wir nehmen die hier, oder? Ja. So. So. Na. Na. So. Dann... Gehen wir mal kurz zu dem anderen Mod hin... Und setzen Fenster ein. Hier ein Fenster hin. Hier ein Fenster hin. Und hier ein Fenster hin. So. Nein. Dann gehen wir wieder zurück. Strukturen. Türen. Sieht jetzt nicht gerade so besonders toll aus. Aber... Mit der könnte ich leben. Hoch. Ja. Würde sogar gehen mit dem... Ja. Gut. Ach, da fehlt noch was. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier so ein kleines Restaurant draus. Aber sollen wir noch eine Etage höher gehen? Und eine Terrasse oben machen? Dann müssen wir das hier einlagern. Und bei Treppen gehen. Nein, stimmt ja gar nicht. Die sind ja, glaube ich, hier auch. Genau. Okay. Dann... Schauen wir mal. Dann brauchen wir doppelten Boden. Dann brauchen wir einen doppelten Boden. Doppelten Boden, habe ich gesagt. Sind die auch hier? Ja. Na. Okay. Okay. Dann machen wir hier oben eine kleine Terrasse. Das heißt, wir könnten... Das heißt, wir könnten... Was ist das? Wo gibt's denn die Dinger? Hier? Ich weiß nicht, wofür die Dinger gut sein sollen. Ah, hier. Hier. So. So. Das wäre so eine zuhe Ecke, aber ich bin am überlegen. Was soll die Ecken denn zu sein? Ich habe keine Ahnung jetzt. Ich denke schon, oder? Moment, wir gehen mal eben draus, gucken uns das von draußen an, das auch jetzt dazu passt. Haben wir denn keine anderen, die zu sind? Und nein, die sehen ja schäbig aus. Nein, dann sind die Dinger schon gut. Die. Ja. Okay. Dann. Machen wir hier weiter. Ach, das wäre so ein Act-Ding gewesen. Ja. Ist so interessant. Das wären jetzt so zu. Die auch. Nein, wenn, dann soll es offen sein. Es soll eine Terrasse sein. Nicht mit Schäben-Gardinen. Die waren das. So, und dann holen wir uns noch die eine Ecke wieder. Die war das. Nein. Wir holen uns keine Ecke wieder. Moment. Hat es hier nicht auch halbe Wände irgendwo? Hier. Passen die da rein? Ja. Ja. Gut. Dann. müssen wir hier auch noch eine Ecke reinmachen. Oder? Dass wir hier auch noch mal so rumziehen. Und nur hier vorne. Ja, ich denke, ja. Okay. Das war falsch. Wenn es denn da hinpasst. Ah. Aua. Und es passt nicht. Nee, es passt nicht. Okay. Dann nehmen wir halt wieder hier so eine Wand. So. Und. Ja, dann passen die Dinger ja auch nicht mehr dahin. Fangen wir von hier an, Gartenzaun zu machen. Also Gartenzaun zu machen. Nee. Okay, dann machen wir von hier. Nee, schon richtig hier. Na. Wo waren die denn? Hier. Waren die. Welche nehmen wir denn? Die hier. So. So. Perfekt. Ja. Gut. Dann. Gehen wir mal bei Geschäfte. Wo sind die? Nein, ganz raus. Stores, Dummy Stores. Trader, Weapons, Food and Drink. Clothes, Clinic, Armor. Lokaler Anführer. Kronkrocken, haha. Sehr lustig. Meisterhändler, Hammel. Na toll. Geht ja noch gar nicht. Wie ich das möchte. Okay. Ich würde sagen, haben wir Pech gehabt. Fürs Erste. Aber wir können schon mal hier Stühle und so hinstellen. Das können wir ja schon mal machen, oder? Was gibt es hier so an Decoration? Ah, hier, Open. Das können wir hier... Ja. Ja. Wieso nicht? Wieso nicht? Na. Nein, ich wollte eigentlich nur das Teil. Aber es geht nicht mehr weg. Egal, Open. Dann... Lenscape. Nein, brauchen wir nicht. Was ist das? Ach, brauchen wir auch nicht. Nichts Besonderes. Fensters. Mauern. Crafting. Food. Stores. Food and Drink. Ach, sind nur so Matten. Ne, die wollte ich nicht. Okay. Ähm, gehen wir nochmal hier rein. Nee, gefallen mir nicht. Keine schönen... Draußen würden ja eher diese Plastikstühle passen und so. Oder? Nee. Ja. Na, wo sind denn die Gartenstühle? Ah. Immer rutscht es weg. Hier die sauberen. Ja, das ist das Problem. Du musst sie dann auch wirklich so hinstellen, wie du sie haben willst. Ansonsten kriegst du die nicht mehr weg. Machen wir hier so ein. Ich weiß nicht, ist besser, wenn ich den Tisch erhole. Wo haben wir denn den Tisch? Das ist jetzt wieder die Frage. diesen Gartentisch mit Schirm. Mit Schirm. Hier. Dann können wir hier noch einen hinstellen. Und dann stemmen wir hier noch so einen hin. Dann wieder zurück zu den Stühlen. Und hier. Dann wieder zurück zu den Stühlen. Und... Warte, ich muss mich hier hinstellen. So. Dann hier. Dann hier. Und die Bergstadt, ja. Weil... Die steht nicht gut. Die auch nicht. So, dann hier noch. Und hier noch ein. So, dann müssen wir gucken wegen der Stromversorgung, wie wir das dann gebacken kriegen. Noch Lampen hätte ich noch sehr gern. Lampen. Hier kommt dann irgendwo in der Ecke die Bar. Die Bar konnten wir, glaube ich, hier vielleicht hinstellen. Aber Lampen. Wie ist das mit der Verkabelung? Das muss ich noch rausfinden. Was muss ich wirklich noch rausfinden? So. Ich hätte gern so solche Lampen hier. Oder solche. Nee, solche. So. Dann hier vielleicht so eine in der Ecke. Und hier vielleicht auch eine. Und hier eine. Und dann vielleicht so Hängellampen. Disco Kugel. Na, so viel ist gut. Warum haben wir denn diese Hängellampen gesehen? Puh, keine Ahnung. Waren die hier? Wieso welche? Vielleicht gibt es ja noch schönere. Nicht da Ketten. Als wir die. Könnte man aber hier anbringen. Könnte man. Ach, ich hänge irgendwie feste hier. Ich hänge schon wieder feste. Es ist ja. 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 Ich hänge wieder. Ja. Ich hänge wieder. Ach, da braucht eigentlich keine. Okay, jetzt muss ich schauen, wie das mit Strom gemacht wird. Das ist zwar wieder eine lange Folge, aber erstmal brauchen wir auch eine schicke Tür. So, eine schicke Tür. Wo finden wir die? Hier? Nein. Ich habe es vergessen. Wo finden wir die Türen? Nein, hier nicht. Gute Frage. Hat es hier Türen? Irgendwelche Türen hier? Nein. Greenhouse. Institut. Pierce Shakes. Ich möchte nur eine schöne Tür haben. Bah. Wehrhaus. Ne. Dorf. Gefängnistür. Sind keine Schönen dabei. Etwas, was einladen soll zum Eintreten. Ne. Sehe ich jetzt nichts Großartiges. Geht die jetzt nach innen auf. Auf. Hoch. Ach, mir. Ach so. Oh, das ist so eine Doppeltür. Okay. Gut, jetzt regeln wir das noch mit dem Strom. Sind das so kleine Plone oder so dran? Huch, wo ist es hin? Na komm her. Du brauchst Strom und wer gibt uns Strom jetzt hier? Keiner. Das heißt, wir müssen uns einen Strom... Entschuldigung. ...her hinstellen. Moment, ich habe mich verirrt. So. Oh. Na. Schnappst du jetzt ein hier? Ja. Ja. Okay. Ups. Ja, ich habe es mit Treppensteigen. Ich weiß es auch nicht. Ha. Leuchten die? Jo. Oh. Hoch! Alle Prästen. Aber nicht alle. Nicht alle. Ja. Ich muss dann... Ich muss dann... Ja, ja. Ich weiß schon. Nein, ich muss runter. Und das von außen machen. Und das von außen machen. Muss ich überall hier... diese Dinger machen. Genau. Aber... Geht das denn übers Eck? Das war immer so ein Ding. Oh, gerade... war das so... Oh. Das gibt einen Kabelsalat. Hoch! Wo hänge ich denn? Ach so. So. Machen wir hier wieder eins so... ans Eck. Und... Somit ist Kupfer fertig. Ai, 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 ai. Das heißt, wir können auch kein... Kabel ziehen dann. Oder? Ah. Ah. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Moment, vielleicht... haben wir noch genug... Kabel. Ist es dran denn? Ja. Ja. Okay, dann brauchen... Nein. Dann brauchen wir das ja gar nicht. Ja. Dann brauchen wir das auch nicht. Eventuell. Eventuell. Müssen wir noch schauen. Wollen wir auch nicht. Oder reicht das schon bis dahin? Ja. 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 Das hier. Lagern. Das hier. Ja. Es sieht so aus, als hätte alles Strom. Es sieht so aus. Ja. Hm. Setzen uns mal hin. und warten... zwei Stunden, dann ist es ja dunkel. Schauen, was wohl leuchtet. Okay. Also die leuchten, die leuchten, die leuchten. Ja, es leuchtet alles. Die Lampe sieht man aber nicht so gut. Ah. An- und ausmachen. Ja, hat doch was, oder? Ich kann auch noch mal das Baumenü reingehen und schauen. Die haben Strom. Die haben Strom. Hütten waren Baume nicht. Ich wollte das hier. Benötigt Strom, hat Strom. Hat auch Strom. Sehr gut. Also hat alles Strom hier. So. Das ist bestimmt jetzt ein riesenlanger Part. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich habe das Gefühl, wir sind am Ende. Ja. Doch, ich bin zufrieden. Haben wir so kleine Tischlämpchen vielleicht noch? Wenn wir Kupfer hätten vielleicht. Ja. Aber ich denke, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Ich bin zufrieden. Wir können hinterher auch noch mal ein paar Lampen aufstellen. Weil die steht jetzt nicht so toll in der Ecke, aber man sieht sie wenigstens. Ja. Ich bin zufrieden. Also... Was halt noch fehlt, ist eine Bar hier oben. Ja. Bar, vielleicht noch ein Grill oder so hier. Und unten, wenn Preston mal weggehen würde, würde ich gerne dann auch noch ein paar Tische hinstellen. Hier kommt dann so ein Tresen hin als Restaurant. Nur mit der Toilette habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber das ist ja egal. Kann man nach draußen gucken. Also ich bin zufrieden. Pressengeberseite. Doch. Ich bin zufrieden. Wir haben heute viel geleistet. Ja. Sehr schön. Doch. Gefällt mir. Doch. Muss ich sagen. Bin zufrieden. Lockt die Feinde direkt an. Ja, es ist jetzt alles ziemlich voll gebaut hier. Das nächste Mal werden wir schauen, wer noch keinen Wohnsitz hat. Und wegen Arbeit auch noch. Aber... Ja. Doch. Ja, die beißt nicht mehr so voll. Kennst du die Farm, die von Gulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Hm. Ja. Wenn ich sie kennen würde. Ich muss sagen, doch. Es gefällt mir. Okay. Wir werden vielleicht noch Arbeitsplätze schaffen. Was läuft denn da hinten so rot? Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag haben. Wir werden noch Arbeitsplätze schaffen und noch für Schutz sorgen. Aber ansonsten, ich denke, vielleicht noch ein, zwei... Ja, Betten haben wir ja. Es geht ja darum, dass sie ihre eigenen Wohnungen haben. Vielleicht noch ein, zwei Wohnungen und dann ist wirklich nur noch Schutz und Arbeit angesagt. Wegen Arbeit habe ich mir auch überlegt, dass wir halt... Eventuell, ich gehe mal da raus, hier nochmal kleine Läden hinstellen, die bei uns im normalen System drin sind. Nochmal hier ringsherum um einen Baum. Zwei, drei Läden. Oder... Ja, mal schauen. Nochmal vielleicht ein... Wenn jeder bereit wäre, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und seine Nachbarn zu beschützen, hätten die Raider keine Chance. Ist da oben kein Fenster drinne? Huch. Das kommt mir gerade so vor, als wäre da... Huch, wäre da kein Fenster drinne. Ich hasse es, so zu laufen. Also bei den meisten Spielen geht es ja super. Bei dem Spiel nicht. Habe ich hier vergessen, ein Fenster reinzumachen. Wo ist das denn? Jo. Wollen wir noch ein Fenster rein, kurz wirf? Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. So. Nein. Das hier wird das nächste sein, das wird unser Zuhause. Da fehlt auch noch ein Fenster. War ich betrunken an dem Tag, wo ich das hier gemacht habe? Oder hatte ich einfach kein Glas mehr? Ja, ist mir jetzt auch wurscht. Das werden wir das nächste Mal dekorieren und nochmal alles schön machen. Ja. Hier auch, ja, leider nicht so einen tollen Ausblick. Aber von dieser Seite hier, naja, geht auch. Das kleine Leben, ein Sanctuary, ist erwacht. Das kleine Leben, was rede ich denn? Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das hier werde ich noch entsorgen. Das hier, ja, da habe ich was reingepackt. Aber das hier ist für nichts. Verwerten. Ja. Ja. Wir werden alles noch hier richtig schön einrichten mit Sofa und bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. So. Daumen hoch. Kommentare würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Ne, ich wollte eigentlich nichts von dir. Nein, ich wollte nix. Ja, vielen Dank fürs zusehen. und mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Super. Und ja, Tipps und Tricks, würde ich mich sehr drüber freuen, vor allen Dingen, wenn jemand auch mit der Xbox One spielt oder einfach mit dem Game Controller und mir sagen könnte, wie ich den Presten aus diesem blöden Anzug rauskriege. Da wäre ich froh drüber. Oh Gott. Von wem bist du denn runtergefallen? Sag mal. Das sah jetzt aber tödlich aus. Nein. Dann wie gesagt, also jetzt gerade, wo ich die Dinger sehe, die Lichtstühle, die würden sich gut oben auf unsere Terrasse machen. Ja. Es fährt eh kein Auto mehr, also stört das nix. Ja, sieht schon schnieker aus. Haben wir gut gemacht. Doch, gefällt mir. Jetzt, wo es richtig dunkel ist, kann man es nochmal genießen. Ich mache auch die Tür zum Presten, wenn ich mit seiner Lampe mitkomme. So, gehen wir schnell hoch. Ja. Doch, gefällt mir. Vielleicht kann man hier noch was in der Mitte machen oder auf dem Tisch noch irgendwie kleine Lämpchen platzieren. Ja. Hier würde ich gerne essen gehen. Doch, das gefällt mir. Außer die Stühle stehen jetzt nicht so optimal. Aber wenn sie zu nah dran stehen, weiß ich nicht, ob die NPCs sich dann da hinsetzen können. Ob sie jemals hier hinkommen werden, ist auch so eine Sache. Aber naja. So. Ich würde sagen, ich habe nur noch eins zu sagen, und zwar, ich bin weg. Bis dahin. Adios. Ich bin Junge. Ich bin Junge. Beifall.